Seit Monaten kursiert das Gerücht, dass die Royals einen Streit mit den Beckhams haben. Nun kommen Details ans Licht. Wer sich an die Hochzeit von Harry und Meghan aus dem Jahr 2018 erinnert, weiß, die Beckhams waren wohl das Promi-Paar am Fest. Was viele jedoch nicht wissen, Victoria und David waren gar nicht zum Galadena eingeladen. Und das, obwohl viele andere prominente Gäste sehr wohl ein Teil der Tafel waren. Promi-Experte Tom Bauer ist überzeugt, dass er weiß, weshalb es kriselt. Lange Zeit gehörten die Beckhams zu den engsten Freunden der Royals. Doch seit 2018 schwankt diese Freundschaft. Auslöser dürfte einerseits die Hochzeit gewesen sein, andererseits sei es bei den Invictus Games zum Showdown gekommen. Oder eben eher nicht. Denn obwohl Harry die fußballlegende David Beckham zu den Spielen eingeladen hatte, ließ er sich bei dem Event nicht mit dem Kicker blicken. Gemeinsame Fotos? Fehlanzeige. Tatsächlich wurden gemeinsame Schnappschüsse sogar verboten, meint Tom Bauer. Grund dafür dürfte Meghan Markle sein. Angeblich habe es ihr nicht gefallen, dass in den Medien positiv über die Beckhams berichtet wurde, während sie und Harry Kritik erhielten. Sie habe das Promi-Paar als Konkurrenz betrachtet. Deshalb ihr Befehl, Harry darf sich nicht mit David Beckham treffen. Der Kicker kommentierte diese Vorfälle nie. Victoria hingegen schon. Als sie zum Hochzeitsessen nicht eingeladen wurden, empfand sie das als sehr beleidigend. Untertitelung des ZDF für funk, 2017